Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich. Eine Studie der österreichischen UNESCO-Kommission. Besteht unser Leben nur noch aus Zahlen? Gott sei Dank nicht. Denn ein Baum ist mehr als ein Haufen Bretter. Ein Mensch ist mehr als Haut und Knochen. Und genauso ist auch Handwerk mehr. Viel mehr. Handwerk ist Generationenwerk. Dort, wo Ausbildung ein Herzensanliegen des Meisters ist. Handwerk ist Regionalwerk. Dort, wo kleine Strukturen große Wirkung haben. Handwerk ist Kulturwerk. Dort, wo unsere Identität geprägt wurde und gelebt wird. Handwerk ist Kreativwerk. Dort, wo die Aufgabe zur Leidenschaft wird. Handwerk ist Sozialwerk. Dort, wo Arbeitsplätze in Krisenzeiten erhalten werden. Handwerk ist Traditionswerk. Dort, wo Bewährtes der Zukunft den Weg weist. Aus Beziehungen gedeihen Begeisterung, Wohlstand und Erfüllung. Weil Handwerk ist Kraftwerk. Handwerk ist mehr als Produkt und Dienstleistung. Dort, wo Werte und Beziehungen gelebt werden. Dies ist jetzt erstmals auch wissenschaftlich belegt und nachgewiesen. Dank einer von der UNESCO-Kommission durchgeführten Studie sind die gelebten immateriellen Werte des Handwerks erhoben und festgeschrieben. Alle diese Werte machen unser Handwerk aus. Handwerk ist mehr. Handwerk ist mehr. 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 Handwerk ist mehr. Mehr. Handwerk ist mehr. Vielen Dank.